Musik Endlich ist es soweit. Sie werden Ihre erste eigene Datenbankanwendung mit C-Sharp erstellen. Dazu ein neues Projekt mit dem Namen Library. Wir werden übrigens die gleichnamige Datenbank aus der vorigen Lektion verwenden. Die besitzt zwei Tabellen. Diese zwei Tabellen sollen in jeweils einem eigenen Fenster verarbeitet werden. Dieses kleine Fenster hier dient nur der Navigation. Wir werden hier drei Schaltflächen platzieren. Eins, zwei, drei Klicks und die Toolbox wird wieder geschlossen. Die drei Schaltflächen werden schnell platziert. Und anschließend wende ich mich den Eigenschaften zu. Das Formular selber bekommt erstmal eine andere Überschrift. Ich nenne das Bibliothek. Außerdem soll dieses Fenster von der Größe her nicht verändert werden können. Dazu gibt es die Eigenschaft Form Border Style. Diese wird auf Fixed Single gesetzt. Außerdem die Eigenschaften Maximize Box und Minimize Box auf False. Jetzt werden die drei Schaltflächen noch benannt und beschriftet. Die erste Schaltfläche heißt Button Verlag und wird entsprechend mit Verlag beschriftet. Die nächste Schaltfläche heißt Buch Grid und der Name Button Buch Grid, allerdings ohne Leerzeichen. Und der dritte Button wird beschriftet mit Buch Detail und entsprechend benannt. Nun wollen wir drei verschiedene Fenster haben. Ab in den Projektmappen Explorer hinzufügen von Windows Form. Jetzt fehlt es nur noch, dass diese drei Fenster von unserem Hauptformular ausgeöffnet werden. Wenn wir auf den Button Verlag klicken, soll natürlich FRM Publisher geöffnet werden. Neue Instanz von Publisher und natürlich benötigen wir eine Anweisung Show, da es sich um ein Formular handelt. Das gleiche Spielchen müssen wir nur mit den anderen zwei Schaltflächen und den anderen zwei Formularen machen. Und das Formular muss wieder angezeigt werden. Das gleiche für die dritte Schaltfläche. So, jetzt können wir uns der eigentlichen Datenbank-Anbindung widmen. Klicken Sie dazu auf den Menüpunkt Daten und neue Datenquelle hinzufügen. Wählen Sie aus Datenbank, ein Dataset, beides ist aber auch Standard, und dann auf Neue Verbindung. Als erstes müssen wir die Datenquelle wählen. Bei Visual Studio Express haben wir leider nur drei Möglichkeiten. Benutzer der Vollversion von Visual Studio werden hier noch einen weiteren Eintrag finden, nämlich Microsoft SQL Server, ohne dass danach irgendetwas kommt. Wer diese zusätzliche Datenquelle hat, kann sich glücklich schätzen, denn dann können Sie direkt zu der Instanz von SQL Server verbinden und auf die Datenbank in SQL Server zugreifen. Diese Möglichkeit gibt es leider mit Visual Studio Express nicht. Hier gibt es nur die Möglichkeit, eine SQL Server-Datenbank-Datei zu verwenden. Sie greifen dabei direkt auf die Datei zu. Das hat den Nachteil, dass es nicht möglich ist, dass sich mehrere Anwendungen die gleiche Datenbank teilen können. Das ist eben nur mit der Vollversion von Visual Studio möglich. Ich zeige Ihnen aber hier einmal, wie Sie auf eine Datenbank-Datei zugreifen können. Einen kleinen Haken gibt es noch. Je nach Betriebssystem kann es hier zu Problemen mit der Berechtigung kommen. Klicken Sie in dem Menü auf OK, dann gibt es hier die Möglichkeit, nach einer Datenbank zu suchen. Am einfachsten ist es, sich die Datenbank-Dateien in den Projektordner zu kopieren. Ich zeige Ihnen einmal kurz, wo Sie die Datenbank-Dateien finden können. Öffnen Sie als erstes das SQL Server Management Studio und gehen auf Eigenschaften von der Instanz. Unter Datenbank-Einstellungen finden Sie den Pfad, unter dem die Datenbank gespeichert ist. Öffnen Sie nun im Explorer diesen Pfad und Sie werden sehen, zu jeder Datenbank gibt es zwei Dateien. Eine heißt zum Beispiel Library und die andere Library Log. Ich werde also eine Kopie von beiden Dateien machen und diese direkt im Projektordner von Visual Studio einfügen. Der Projektordner befindet sich normalerweise unter Benutzer. Das war's auch schon. Jetzt können wir wieder zurück zu unserem Visual Studio. Suchen Sie nun nach der Datei, also Library. Kurz ein Test, ob das Ganze erfolgreich ist. Das hat geklappt. Somit kann ich mit OK das Ganze bestätigen. Im nächsten Schritt gehe ich dabei einfach auf Weiter. Jetzt erscheint ein kurzes Dialogfeld. Sie werden gefragt, ob Sie die Datei in Ihr Projekt kopieren wollen. Das macht Sinn, darum bestätigen wir mit Ja. Da sowieso nur eine Anwendung darauf zugreifen kann, macht es Sinn, diese direkt in das Projekt zu integrieren. Im nächsten Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, welche Datenbankobjekte Sie verwenden wollen. Wir wollen alle Tabellen verwenden. Mehr kann die Datenbank auch nicht. Jetzt können wir mit einigen wenigen Klicks eine komplette Datenbankanwendung erzeugen. Als erstes wollen wir eine Oberfläche für die Tabelle Verlage schaffen. Jetzt muss ich auf Daten und die Datenquellen anzeigen. Hier sehen wir nun unsere zwei Tabellen Books und Publisher. Ich will eine Grid-Ansicht, also eine tabellenartige Ansicht von unserer Tabelle Publisher. Jetzt ist es nur noch notwendig, per Drag & Drop den Knotenpunkt Publisher auf das Formular zu ziehen. Alle Steuerelemente und der notwendige Code werden automatisch von Visual Studio generiert. Ich werde lediglich noch zwei Eigenschaften einstellen, um das Ganze etwas aufzuhübschen. Das Grid soll den gesamten Bereich von dem Fenster einnehmen. Deshalb wird Doc auf Fill gesetzt. Außerdem will ich die Überschrift von dem Formular verändern. Diese soll jetzt heißen Verlage. Das war's bereits. Jetzt können wir die Anwendung einmal starten. Nach einem Klick auf den Button Verlag startet das entsprechende Fenster. Hier gebe ich jetzt einmal einen Verlag ein. Und klicke auf Daten speichern. Mehr ist also nicht notwendig, um eine einfache Datenbankanwendung zu erstellen. Allerdings werde ich zwar weitere Einstellungen vornehmen, und zwar innerhalb des Datengrids. Es gibt die Möglichkeit, für jede Spalte eigene Einstellungen vorzunehmen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste im Kontextmenü auf Spalten bearbeiten. Die Spalte Publisher ID wird automatisch ausgefüllt. Der Benutzer muss sich darum gar nicht kümmern, und deshalb wird diese Spalte auf Visible Falls gesetzt, also unsichtbar gemacht. Die nächste Spalte entspricht zwar genau dem, wie wir sie haben wollen, aber der Header-Text gefällt mir nicht. Ich will als Beschriftung die Zeichenfolge Verlagsname. So, das war's nun aber endgültig. Wir haben noch zwei weitere Formulare für Bücher. Ich schließe also das Publisher-Formular, speichere es und gehe zu Form 1. Das gleiche Spielchen per Drag & Drop auf das Formular Books. Die Eigenschaft Doc wird auf Fill gesetzt und die Überschrift von dem Formular auf Bücher. Auch hier will ich wieder einige Einstellungen vornehmen für die einzelnen Spalten. Die Primärschlüsselspalte wird automatisch gesetzt und muss deshalb nicht sichtbar sein. Bei Title und Author will ich nur die Beschriftung verändern. Titel und Autor, also deutsch geschrieben. Bleibt noch die Spalte Publisher ID. Wie der Name schon sagt, steht dort immer der Integer-Wert, der ID-Wert drinnen. Mit diesem kann der Benutzer allerdings nicht viel anfangen. Viel schöner wäre es, wenn er aus einer Liste von Verlagen auswählen könnte. Das lässt sich ganz einfach realisieren. Es gibt die Eigenschaft Column Type. Diese wird auf Combo Box gesetzt. Dann kann man festlegen, von welcher Datenquelle die Einträge aus dieser Combo Box kommt. Diese kommen von meinem Dataset, nämlich Publishers. Mit Display Member lege ich fest, was angezeigt werden soll, also der Pub Name. Und Value Member ist der Wert, der intern gespeichert werden soll, also die Publisher ID. Das war's auch schon. Nur noch die Beschriftung will ich verändern. Diese soll lauten Verlag. Es öffnet sich unser Hauptmenü. Wir klicken auf Buchgrid und können bereits ein neues Buch anlegen. Verlag haben wir bis jetzt nur einen definiert. Dann geben wir einen Titel an und einen Autor. Jetzt kann ich das Ganze speichern. Und zum Beweis, dass das Ganze auch funktioniert hat, schließe ich die Anwendung einmal kurz, werde sie nochmal neu starten. Und wir können sehen, das Buch ist noch immer da. Es wurde also tatsächlich in der Datenbank gespeichert. Ich schließe somit die Anwendung und komme zum letzten Formular, FRM Book 2. Diesmal will ich keine Grid View Ansicht, sondern eine Detail Ansicht. Ich klappe Books einmal auf. Hier sehen wir, werden die einzelnen Felder definiert. Jedes Feld ist standardmäßig als Textfeld angelegt. Das lässt sich aber hier verändern. Für Publisher wünsche ich mir eine Combo-Box. Nun kann ich wieder von Books, Pad, Drag & Drop das Formular erstellen. Lediglich einige wenige Einstellungen sind notwendig. Und zwar zum Publisher-ID-Dropdown-Feld. Dazu müssen wir verstehen, wie das Formular ihre Felder an die Datenbank bzw. an das Dataset bindet. Es gibt hier einen Abschnitt namens Data Bindings. Data Bindings sind in der Lage, bestimmte Eigenschaften an eine Datenquelle zu binden. Standardmäßig wird immer die Eigenschaft Text an die Datenquelle gebunden. Wir wollen aber diesmal das Selected Value an die Datenquelle binden. Unsere Datenquelle ist die Books Binding Source. Diese wurde automatisch erstellt. Und wir wollen an das Feld Publisher-ID binden. Das Textfeld soll keine Bindung besitzen. Deswegen entferne ich diese Bindung hier. Im letzten Schritt will ich erreichen, dass unser Dropdown-Feld mit Daten gefüllt wird. Dazu muss ich die Data Source-Eigenschaft festlegen, und zwar auf die Tabelle Publishers in dem Dataset. Display-Member ist dann wieder Pub-Name, das ist was angezeigt werden soll. Intern verarbeitet, Value-Member wird allerdings die Publisher-ID. Und diese wird dann verknüpft mit dem Data-Binding, nämlich der Publisher-ID von meiner Binding Source, die diesen Wert in der Datenbank speichert. Das war's auch schon. Sie können natürlich noch die Textfelder anpassen. Mir reicht es allerdings, jetzt einfach die Anwendung zu starten. Ich öffne das Fenster Buchdetail. Und wir sehen, das Buch, das wir vorher erzeugt haben, ist bereits enthalten. Ich kann natürlich auch weitere Bücher erstellen mit Neu hinzufügen. Publisher-ID Galileo, Test und irgendeinen Autor. Das Ganze wird gespeichert. Selbst wenn ich die Anwendung schließe und nochmal komplett neu starte, sind nun beide Bücher enthalten. Das war's. Sie haben somit die ersten Grundlagen, um mit einfachem Klicken ohne viel Aufwand eine Datenbankanwendung zu erstellen.